I walked into the room dripping in gold Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie mir hier, willkommen zu einem kleinen Erinnerungsvideo für den 60 Stunden Livestream und ich habe auch ein paar Gäste dabei Jo Moin Leute, ich bin's der Palmas Kevin Jo ist natürlich auch am Start Servus, Hallo Mo hier Ja, wir werden ja heute den 60 Stunden Livestream um 12 Uhr mittags eröffnen also nur noch wenige Stunden, bis es endlich losgeht und das Ganze findet wo statt, Kevin? Auf Alex, seinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash Ahrensburg Alex und wie Alex schon sagte, das ist heute ein Erinnerungsvideo für die, die es schon gehört hatten und für alle die, die es noch gar nicht mitbekommen haben, dass wir so ein Event starten Ja, dann wisst ihr es jetzt und wenn ihr noch Fragen habt, würde ich sagen, posten wir in der Videobeschreibung nochmal das Video weil wir jeder eins gemacht haben dort werden eigentlich alle Fragen beantwortet und falls ihr trotzdem noch Fragen habt, wo könnt ihr die reinschreiben, Hallo Mo? In die Kommentare Richtig Genau Und ansonsten seid ihr auch noch auf unseren Facebook-Seiten immer auf dem aktuellsten Stand die werden auch alle in der Videobeschreibung verlinkt sein also werft da auf jeden Fall einen Blick rein Ähm, genau es geht um 12 Uhr los Bis wann, Alomo? Bis 23.59 Uhr am Sonntag beziehungsweise 0 Uhr am Montag Ja, also 60 Stunden lang COD, Advanced Warfare, Suchten bis zum geht nicht mehr und ja, wir freuen uns auf euch wenn es dann jetzt in wenigen Stunden losgeht und ähm, das soll es eigentlich so gewesen sein, ne? Ja Genau Gut Dann sagen wir uns alle einmal ganz nett Sehen wir uns hoffentlich nachher Tschüss Tschüss Sön Sön Fünf Sön 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 Sön